Gang mit Luc Bondi am Kurfürstendamm, um die zwiespältige Einstellung des Brasch zum Konsum zu erwähnen, den er verachtet und der ihn zu locken beginnt. Hat sich irgendjemand da angesprochen oder was? Nur so hin und wie er gab es Zwischenfälle. Was? Hin und wie er gab es Zwischenfälle. Schon erkundigt sich Brasch nach Auto- und Kamerapreisen, staunt vor Kreditkarten. Das Tragen einer Krawatte, nebst dazugehöriger Rasur, wird fallweise vorgenommen. Zum ersten Mal erleben wir hier einen gelösten Brasch, einen menschlichen, wie man so sagt. Es ist schon recht anstrengend, immer auf der Höhe seines eigenen Zornes zu leben. Das war das Kurfürstendamm. Hast du Pothorapie? Ja. Das ist ja direkt scharf, ja. Das sind die alten Damen des Kurfürstendamm. Die sind noch nicht leer genug, die Vorsitzenden. Das gibt es nämlich trotzdem. Naja, das sollen wir ja sein. Das folgende elegische Gedicht ist eine Rarität im Werk von Thomas Brasch. Wenn alle Milchstraßensysteme nach einem Halt seufzen im Raum, denkt ihr denn, es wird ein Rest sein von Schönheit an dem Menschenbaum? Denkt ihr denn, es wird eine Spur sein oder ein Jammern oder ein kosmisches Tränenpaar? Denkt ihr wirklich, ein größeres denkendes Ding wird sich erinnern, dass der Mensch hier war? Ja.